guck guck guten morgen wir haben heute samstag wetter ist schön die fahne weht 30 grad im schatten ja wir haben heute also ich meine man sieht das ja der garten hat gelitten ich weiß wie wir das hinkriegen ja ich habe den rasen gemäht und mit den bilden das war sie noch nicht wie wir das hinkriegen so dann gehen wir mal darum ja wir haben ein bisschen sauber gemacht aber ist natürlich noch viel arbeit genau muss das alles noch mal die hütte die müssen wir abreißen schauen wir mal das alles im winter hinkriegt ich weiß nicht ob ich den garten behalten soll oder das war ja ein jahrhundert hochwasser ich glaube das kommt nicht mehr wieder die kierschlaubehren muss ich stutzen ja alles gut ja das kannst du auch alle vergessen da will ich nicht mehr richtiger schöner wild wuchs alles gut in diesem sinne wie der martin immer sagt die essener sonne